ja hallo ich darf sie ganz herzlich begrüßen zu unserem interview zum thema ist die distribution fit fürs neue jahrzehnt ich habe hier bei mir den herrn hoffen von der firma glinn er ist dort unter anderem experte für die supply chain passend zum thema ja wie steigen wir ein also ich denke mal um das thema corona virus und auswirkungen auf die lieferkette kommen natürlich nicht drum darum würde ich sie jetzt gleich mal fragen was hat in ihrer meinung nach aus sicht ihrer das ist das brutto das corona virus von den einfluss für eine auswirkung auf die lieferkette herr hoffend erstmal herzlichen dank für die einladung und ja starten wir direkt mit dem brisantesten thema also es ist tatsächlich so dass direkte auswirkungen die wir spüren ist sind dass die antwortzeiten von den herstellern eine weile länger dauern das ist das was wir jetzt direkt spüren aktuell ist es so dass die fließbänder unserer kunden alle noch laufen und es also ganz schwierig ist zu prognostizieren was jetzt tatsächlich sich ein lieferverschiebungen ergeben wird dadurch es gibt wir haben von verschiedenen herstellern statements eingeholt jedoch wenn wir wirklich konkret werden wollen dann geht es also darum dass wir uns die informationen von den herstellern immer in echtzeit abholen über diverse die protokolle und die dann an unsere kunden in echtzeit weitergeben das heißt so können wir dann herausfinden wann es tatsächlich zu einer lieferverzögerung kommt ja aber ich meine corona ist jetzt eine sache es gibt ja mit herausforderungen dieser art muss die lieferkette ja eigentlich immer wieder zurecht kommen es gab irgendwann diese sars geschichte dann gab es naturkatastrophen bisher sage ich mal hat die distribution immer alles gewuppt aber wo liegen denn die besonderen die größten herausforderungen ihrer meinung nach für die lieferkette ist es diese art naturkatastrophen etc oder gibt es da noch andere herausforderungen also corona ist natürlich ein aktuelles problem in der lieferkette und wird sich wie gesagt herausstellen was da passiert eine andere herausforderung die wir sehen ist die konsolidierung auf den herstellerseiten also das ist eher so eine langfristige geschichte mit der wir zu tun haben was dann im endeffekt immer dafür sorgt wenn zwei große hersteller merchen dass die ganze supply chain die danach folgt quasi einmal auf den kopf gestellt wird und ja da die kunden eben viele aktionen treiben müssen neue lieferanten qualifizieren alte falten weg und nicht zuletzt auch dadurch ist entsteht ein hoher margen druck auf die distribution das heißt wir sprechen ganz oft in margen vom einstelligen niedrigen einstelligen bereich und das eben ziel in der branche das kann man hier wahrscheinlich sagen ist generell fünf prozent ebit und das wird dann natürlich schwierig wenn wir mit niedrigen einstelligen margen dealen müssen ja und ja wie löst die distribution das also sprich ist jetzt da das allheilmittel mehr digitalisierung mehr automatisierung weniger personal weil das die entwicklung geht ja weiter wie sie es geschildert haben dieses märchen von den herstellern das wird ja denke ich mal jetzt nicht plötzlich beendet sein genau also das eine ist eine interne kostenreduzierung die natürlich auch irgendwann ihre grenzen hat und da spielt natürlich automatisierung digitalisierung eine sehr große rolle und das andere ist dass die distribution ja historisch gesehen immer added services geboten hat und da daneben geguckt werden muss ein modell gefunden werden muss wie das noch abbildbar ist weil ein distributor der geschäft von einem hersteller erbt was nur noch einstellige margen hergibt der wird unter umständen nicht mehr den gleichen service bieten können wie er es vorher gemacht hat ja ja das ist eine große diskussion immer weil für diese addons ja eigentlich nicht bezahlt wird also das ist ja immer eingepreist gewesen historisch wenn jetzt aber die margen sinken wäre es ja auch logisch dass man für die addons vielleicht auch extra dass man die auch extra berechnet ich muss dazu sagen das war jetzt die frage war gar nicht geplant aber vielleicht möchten sie trotzdem darauf antworten ja da sind mal so verschiedene modelle durch die branche kursiert jedoch ist unserer meinung nach dann noch nicht das richtige gefunden und für uns als spezialdistributor sind wir auch noch nicht ganz so oder von betroffen und da wird sich eine lösung ausgedacht werden müssen ja in zukunft ja sie haben jetzt das stichwort genannt sie sind spezial distributor ist es ein modell das dazu also wirklich zukunft hat und wenn ich gehe davon aus ja und warum definitiv also wir sehen eine große zukunft das liegt vor allem daran dass wir in europa ja den lokalen markt bedienen und unsere zielkunden die mittleren und kleinen industriellen kunden sind die hochkomplexe maschinen bauen und dafür hoch erklärungsbedürftige teilweise sehr kundenspezifische bauteile benötigen also das ist dann der tailored halbleiter und da wir uns fokussieren auf die technische beratung vor allem das ist ja was glück auszeichnet dass wir 70 techniker im vertrieb oder als applikations ingenieure haben der bedarf ist hoch und er wird auch in zukunft steigen weil neue technologien die jetzt noch gar nicht auf dem markt sind oder diese ganzen buzzwords wie big data iot e-mobility die wird dafür sorgen dass die nachfrage in zukunft wird steigen und das heißt die distributionen ebenfalls davon profitieren und dafür sind wir dann gut gerüstet ja dann zusammenfassen vielleicht noch mal quasi zum thema des ganzen interviews ist die distribution fit fürs neue jahrzehnt also definitiv wie gesagt die nachfrage wird auf jeden fall steigen und ein trend den wir auch bei unseren kunden beobachten ist dass die lieferanten reduzieren wollen und was liegt da näher als 20 hersteller über einen distributor zu kanalisieren weil das heißt sie haben keine 20 verschiedenen systeme mit denen sie arbeiten müssen sondern nur eins und sie müssen 19 lieferanten weniger pflegen und das heißt da ist ein großes bedürfnis auf dem markt lieferanten zu reduzieren um eben aufwand zu reduzieren und das ist ja das was die distribution bietet und gerade jetzt für uns die wir hauptsächlich im dachbereich unterwegs sind wird eben wertgeschätzt dass der persönliche kontakt in lokaler sprache und lokaler zeit als support dann geboten wird ja das hersteller wir war wird im endeffekt für den kunden mundgerecht auch von uns aufbereitet ja sehr schön das war ein plädoyer für die distribution ich bedanke mich ganz herzlich ja und weiterhin noch eine schöne messe vielen dank vielen dank danke auch